So, da ist der Melvin weg. Ja, dann nehme ich jetzt noch eine Folge alleine auf, wo ich jetzt noch ein bisschen was herstelle, denn wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Das heißt, wir werden hier sieben, sieben, sieben. Redstone ist wichtig. Da kriegt man es auch raus. Ja. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Mir fällt gerade auch nichts ein, über das ich reden könnte. Außer, dass mein Inventarschuhe dazu gemüllt wird. Ja, mir fällt es gerade wirklich nicht ein, über was man reden könnte. Dann, ich werde jetzt nur versuchen, auf so anderthalb Stacks Redstone zu kommen. Und dann geht es unten weiter. Dann sind die komischen Dinger auch fertig hergestellt. Aus dem Silikon. Ja, und dann müssten wir eigentlich schon so Richtung 64k Festplatten gehen. Wir haben gleich ein anderthalb Stack erreicht. So. Das weg, das weg, das weg. Das kann hier eigentlich alles weg. Das. Und das dann noch. Genau. Äh, wir nehmen uns vorsichtig aber noch ein bisschen Eisen mit. So, dann, das ist fast fertig. Wir brauchen diese da. Dazu brauchen wir das da. Redstone und das. Seht ihr? Seht ihr? Wir brauchen Eisen. Ich hab's doch gesagt. Äh, Moment mal. Was stell ich denn jetzt hierher? Oh. Ja, das geht dann natürlich easy peasy hier. Äh. So, wir haben jetzt hier das. Dann machen wir das da rein. Machen wir das da rein und schon mal das. Ja. Den Stahl hier hinten können wir zuerst mal wieder rausholen. Und wir werden jetzt mal diese paar Lootbacks öffnen. Denn ich hab grad sowieso Langeweile. So, wir fangen mit den Weißen an. Das ist Müll. Das ist Müll. Das ist Müll. Das ist gut. Das ist gut. Der Rest ist Müll. Das ist gut. Der Rest ist Müll. Müll. So, dann gehen wir auf die Grünen. Äh, ja, das. Oh, hier. Dann ein neues Schwert für mich. Ein Kuchen. Eine neue Picke. Der Rest kann weg. Oh, ja, das ist auch gut. Hier haben wir dann nochmal. Die Ärzte nehmen wir auch dankend an. Und jetzt öffnen wir die drei gelben. Oh, Mana Perle. Das ist doch von Botania. Das ist gut. Und oh. Alles klar. Da haben wir ja. Äh, ich würd sagen. Oh, hier haben wir ja noch welche. Ja, gut. Öffnen wir die auch noch? Ne. Die hauen wir hier rein. Erstmal bitte nur die Weißen rausholen. Dann die Grünen. Und danach die Lilanen bitte. So. Äh, ein Kuchen wird jetzt auch gesetzt, denn ich hab Hunger. So. So. Ah, ja, aus dem gelben Lootbacks kam ein guter Loot raus, muss ich sagen. So. Die hauen wir da mit rein. Und wir können schon anfangen mit der nächsten, ne. Ja. Ja. Eine. Ja. Eine 4K. Okay. Äh, das da rein, das da rein, das da rein. Die Mana Perle kommt auch hier rein. Das hier rein. Der Rest kommt hier unten rein. Komm, scheiß drauf. Pick, das Schwert kann auch da rein. Und die Flasche. Jetzt hab ich den Stahl noch im Inventar. So. Ähm, hier. Blub. So. Da können wir die nächste herstellen. Haben wir zwei. Na, noch zwei. Dann können wir, ja, dann könnte man sogar schon auf die erste 64K gehen. Und dann können wir das erste Zeug lagern. Läuft. Komm, eins noch. Ich muss noch mal schauen, wo ich das hinbaue. Ich hätte das halt schon gerne mittig von der Insel. Also ungefähr hier so bei dem Block. Wenn ich da hier so ein Kabel lang ziehe. Das reicht doch vollkommen aus. Äh, hier. Ja. So. Das, das, das. Dann das da. Und da haben wir sie. Und jetzt. Ähm, 64K. Okay. Glas, Redstone und das. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch so klappt. Ja. Da haben wir die erste 64K Festplatte. Und wir können das Zeug drin lagern. Läuft. Das heißt, wir können die ersten Erze machen. Wir können auch die erste, die erste Stromkabel jetzt hier herlegen. Denn ich möchte das halt, wie gesagt, hier haben. So. 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 Verbunden ist es. Ähm, das kommt jetzt weg. Und das kommt weg. Äh, jetzt müssen wir allerdings noch abraten, bis das hier fertig ist. Das. Dann baue ich das da oben auf. Dann kommen die ersten Sachen ins ME. Und die Dinger kann ich dann da drunter aufbauen. Also einmal hier eins hin. Dann eventuell da runter. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ähm, wobei, das kann ich doch auch schon abbauen. Das und das. Machen wir das nächste Teil dahin. Das müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Die Festplatte da rein. Das Crafting Terminal möchte ich gerne hier haben. Genau. So geht's voran jetzt. Ähm, wir werden mal fertig hier. Kann man schon die nächsten herstellen. Äh, ne. Die da. So. Haben wir schon wieder zwei fertig. Und wir können sogar noch eine dritte herstellen. Es geht voran, meine Freunde. So, jetzt können wir das hier erstmal abbauen. So und so. Das Teil kommt jetzt da rein. Äh, jetzt habe ich das Problem. Okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Dann machen wir das so. Da ist es wieder voll. Ähm, was ist alles angeschlossen? Eins davon. Hä? Warum werden die nicht erkannt? Och, nee. Dann stellen wir nochmal eins davon her. Ähm, das da. Ich brauche ein Dia. Jetzt bin ich gespannt. Und, wenn das jetzt klappt, was ich vorhabe, dann... Äh, du da oben kommst mal bitte ganz kurz weg. Du kommst... Ja, es geht nur eins. War klar. Ähm, ich brauche meinen Magneten, damit ich das einsammeln kann. So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? So möchte ich das nicht haben. Das sieht scheiße aus. Äh, ich brauche meinen Magneten, damit ich das einsammeln kann. Ähm, ähm, hmmm. Ey, ernsthaft. Wie mache ich das? Ich könnte das allerhöchstens hier anbauen. Das Problem ist, ich habe das halt so weit unten. Na. Äh, wenn ich das jetzt hier mit dich hinsetze. Dieses Teil. Darunter. Das Teil baue. Ich habe dann das Problem, das sieht shit aus. Ich weiß es gerade wirklich nicht, wie ich das hier machen soll. Ich möchte das jetzt schon gerne so haben, dass auch alles dann hier reinläuft. Versteht sich? Bestimmt von selbst. Ähm. Ja, das ist jetzt das Problem. Wie mache ich das? Ich kann nur eins von diesen Controllern haben. Und da muss... Moment. Jetzt teste ich was anderes. Der Controller kommt da hin. Das kommt da ran. Wenn ich jetzt, äh, das mache. Und das da runter. Nee, das connectet nicht. So wird das zum Beispiel akzeptiert. Warum? Oder so. Aber wenn ich jetzt, äh, das nehme. Und da drunter setze. Wieso wird das jetzt auf einmal auch erkannt? Oh, das muss eh nachher stehen, das System hier. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da versuchen wir das jetzt einfach so hier. So. 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 Dann bauen wir das da ab. Da kommt dann die Stromleitung hin. Äh. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Her damit. Her damit. Her damit. Das heißt, wenn ich das jetzt also hier so anschließe, müsste das... Ja, hat beides gefunden. Und wenn ich jetzt das Ding da hinsetze... Hat er auch gefunden. Warum jetzt auf einmal? Seltsam. Seltsam. Aber wir haben das Problem, wir kriegen da nichts rein. Denn in dieses Ding muss der Input laufen. Ähm. Moment, 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 Moment. Wir gucken uns das mal von oben an. Das kann sein, dass die Folge heute hier ein bisschen länger geht. Ähm. Aber ich kann das eigentlich auch hier... Ähm. Mal ganz ehrlich. Ich kann... Kann ich das nicht hier irgendwie drüber bauen? Von hinten oder von der Seite den Strom kommen lassen? Genau. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, hier ist es. Drei, vier, fünf. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie groß hier unten der Generator ist. Und wo ich dann die Inputs und Outputs langlaufen lasse. Das wird dann hier an der Seite sein vom Generator. So, dann kann ich hier nämlich so irgendwas drauf bauen. So, dass dann alles in Gang geht. Das heißt, hier können wir erstmal wieder alles zumachen. So, und so. Ja, ich weiß, mit der French würde es schneller gehen. So. Könnte ich nämlich das Energiekabel hier hinten hochkommen lassen? Äh. Da kann ich hier nämlich ganz normale Blöcke setzen. Beziehungsweise ich besorge mir den Painter von Ender.io. Und. Dann mache ich das halt auf normale Blöcke. Moment. Äh. Weil mit dem Painter kann ich mir ja dann... Glowstone in Holz painten. Wir bauen das ungefähr mittig auf. Das wäre dann dort. Da kommt das hin. Wenn ich jetzt, äh, da einzeln baue und da einzeln baue. Dahinter den Controller. Und das erste Mal dort hin. Und das jetzt verbinden müsste das klappen. Da, 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 da. Strom hat er. Zugriff hat das, äh, Crafting Terminal. Zwei, eins. Ja. Dann habe ich jetzt immer noch drei Seiten für den Input und Output. Aber da habe ich mir nur Sachen reinkommen lassen. Von unten. Kommt das dort weg. Äh. Ne, stopp. Das hätte ich alles lassen können. Genau. So. Das heißt, ich kann drunter und drüber noch was bauen. Von diesen, äh, Storage Sells. Äh, von den Disk Drivern. Und dann kann ich hier ganz normal zubauen. Äh, hier kommen natürlich Half Slaps drauf, versteht sich. Half Slaps, keine Blöcke, habe ich gesagt. So. Dann können wir das hier nämlich erst einmal zumachen. Und dann können wir hier ganz normale Blöcke setzen. Ach, ne, hier unten nicht. Aber da kommt ein ganz normaler Block hin. Hier kommen wieder Half Slaps hin. So, hier lassen wir auch nochmal frei. So, das hier wird dann die ME-Ecke. Das wird aber alles hier noch ein bisschen schöner gebaut. Keine Sorge. Äh, da lasse ich mir irgendwas einfallen. Denn das ist auch nicht ganz mittig. Aber, das ist mir doch ladde. So, äh, Festplatte. Rein mit dir. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir dann wohl anfangen, das erste Zeug alles da reinzuhauen. Oder das wenigstens erstmal so ein bisschen zu verschönern. Keine Ahnung wie, aber vielleicht kann ich sogar die Schmelze um eins zur Seite verlagern. Mal schauen. Dann werde ich das aber auf Screen machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.